Ja, also ich bin Wiebke und wir sind hier in Berne in der Wesermarsch und melken hier heute im Melkkarussell. Das Gute am Karussell ist eigentlich, dass viele Kühe innerhalb kürzester Zeit alleine gemolken werden können, was halt bei größeren Herden sonst nicht so üblich ist. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.